Na, jetzt machen wir mal hier einen aber auf, hier Was macht der denn? Warum zieht der den dann raus? Was bekommt man denn hier? Also irgendwas cooles ist das Von wem, er kann eigentlich nur vom Mensch sein Die schwarze Ochsenstatue, man kann drauf triggern Toll, meine CDs sind jetzt natürlich voll am Arsch So, also es absorbiert auf jeden Fall Damage So, der, wie geil ist das denn? Der meditiert hier Was los, hä? Ja Ja, viel Damage kommt ja nicht wirklich hier rum So, wir haben übrigens auch ein neues Trinket bekommen Darum ist das Anteil nicht mehr in der Liste Oh oh, oh oh, nein, ich muss sie weg Oh Aua Oh, das gibt's doch nicht Kann doch nicht so schwer sein, den Boss hier zu besiegen, oder? Ja, war's ja dann So, wenn ich das wüsste Tja, ist halt ziemlich schwer, einen Boss zu machen, ohne dass man ihn kennt Aber es ist so schwer, das ist nur normale Inis, so schwer kann's doch eigentlich gar nicht sein So, alle tot Verdammt, der Mist aber auch Tja, bei dem Freund das gehört, aber dazu Wir machen ja die Inis zum allerersten Mal So ist es, das gehört auch zu dem Beta Na komm Lade Lade, Weiken So Kann man sich vielleicht direkt porten, oder so? Nein, kann man nicht Ja, ist klar, wie der hier abrennen kann Ich hab hier gar nichts zum Rennen Gibt's hier vielleicht irgendwas anderes zum Rennen? Ich glaube nicht Es gibt's nicht, der Schamane ist so faul, Mann Das gibt's nicht, schon das letzte Mal Habt ihr gesehen? Ah Wie hat der geschrieben? Warum kann ich eigentlich nicht mehr retzen? Wo ist mein Retz geblieben? Ich will wissen, wo mein Retz ist Ja, ich werd auch nicht retzen Läuft, können wir mal gucken Wo unser Hm Okay, was ist das denn? Ah, cool Gegen Silence und so weiter Take my 20% Ah, okay, 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 okay Hört's gut So Ähm Lay on hands Ja, das ist Hand auflegen Das hätt ich auch mal raus Haben wir auch noch nicht draußen gehabt Und zwar können wir das draußen lassen Mit der Bubble hier Tja Aber ich suche ja So Das ist Interrupt Also Der Brechen von etwas World of Glory Seal of Storm Urteil des Templars Das sind die ganzen passiven Dinge Tja Das gibt's nicht Haben wir als Parler Kein Retz mehr? Also wahrscheinlich hier die Heals Aber anscheinend die DEDs Haben können Nicht mehr retzen Oder ich bin einfach Blind Tja So ist es anscheinend Nö Nix da Nix da Nix da Ich guck mir jetzt alles hier mal schön durch Schön in Ruhe Oh ne Das wollte ich gar nicht Pesch Sag Wie lang braucht er denn noch hier Um durchzulatschen? Oh Was zum Futter Eine Goblin Barbecue Dingsbi Bumsi Ach Wir können ja auch hier Äh Mal dann Wo hab ich das denn? Da Hier Vielleicht hinter der Titanstärke Können wir uns mal rein Hauen Da hinten kommt der Angelatsch So richtig gemütlich Das ist ein Scherz Was der Kerl macht Das gibt's doch nicht Keine Lust zu warten Wow Wow Man kann mal wirklich Um den Buffer herum gucken Schaut euch das Mann das ist jetzt wirklich Ein 3D-Buff Puh Was macht der denn Ey Sag mal Ist der nur blöd Oder tut der nur so So Was gibt's denn hier Mr. Fandaria Noch nix drin Steht leider nicht Aber es ist verdammt viel Hier rausgeholt Wer den jetzt auch immer Hier gepultert So Und immer weiter Den Kopf drauf Solange er da rumwirbelt So Aua 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 So, wir brauchen auf jeden Fall so einen Hammer. Weil sonst wird das hier nix. Glaube ich. Ach, das gibt's doch nicht, meine lieben Freunde. Hier, das wird doch wieder nix. Ich hab die Agro. Man. So, machen wir eine Raid-Buffel hier an. Schön rum, Raid-Bubble. Lad mich in Ruhe! Jetzt war's ja wieder. Ja, ich hab's nicht drauf. So ein Mist aber auch. Tja, wenn das wirklich so weitergeht, dann mach ich wirklich mal ne Aufnahmepause. Weil ich hab jetzt, wie ihr seht, Scheiße gebaut, aber ich krieg auch kein Battle-Rens. So, der steht jetzt auch, ne. Gott, das hat jetzt so lange gedauert für'n BR, Mann. So, komm jetzt. Ich hab Angst vor dem Boss hier. Oh, schön mal hier außenrum. Oh, wow, 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 wow. Komm, stirbt, Mann! Scheiß Bombe. Oh, weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Wir schaffen es, meine lieben Freunde, wir müssen es schaffen. Jetzt stirbt der Sack. Yes! Woo! Und wieder nix für uns. Sehr nice, sehr nice. Das gibt mal ein schönes Crate hier. Woohoo, great, nice. Oh. Ist das direkt der nächste Boss? Nee. Ach, schaut euch das mal an, wie geil das da raus sieht. Da ist sogar der Pordstein, ach ja. Oh, es gibt's doch nicht. Was treiben die denn hier? Okay, es geht los. Aua. Ich hab so Schleim an mir. Aber ich glaub, ich krieg das auch nicht weg. Wieso dreht er den denn an Dauern, Mann? Bleib doch mal in eine Richtung. Stirb, du Vieh! Schön, den Hammer wieder über den Kopf. Au! Und nicht mal Loot. So, weiter geht's. Falls ich es vielleicht gehört habe, mein Telefon hat gerade im Hintergrund geklingelt. Es sind doch Geister hier. Böse Geister. Das ist so geil, wie der hier die Fässer rumschmeißt. Ah, komm mal her hier, du Vieh. Zack. Das ist das down. Also, wir machen so gut, wie gar kein Damage an den Dingern hier. Aber woran das liegt, weiß ich auch nicht. Und es werden immer mehr hier. Ist das weniger. Ist das weniger. Aber jetzt... Vielen Dank.